Yo Leute, es ist Donnerstag, ich werde direkt ein paar Insta-Kommentare rauseinander nehmen. Lass uns gleich loslegen. Viele Eltern zerstören das Selbstbewusstsein ihrer Kinder, indem sie sie erziehen wollen, anstatt sie zu begleiten. Kinder werden angeschrien, weil sie stören. Du bist jetzt leise, weil ich habe hier ein Telefonat. Du bist jetzt das. Das führt dazu, dass wir eine Generation haben, wie wir es jetzt haben, von Menschen, die nicht kommunizieren können, die gar nicht wissen, wie sie mit ihren Emotionen umzugehen haben, weil sie immer nur erzogen worden sind und gar nicht wissen, wie sie sich zu benehmen haben, wenn sie in die weite Welt hinausgehen. Finde es schwierig, sowas zu sagen. Die Kinder heutzutage sind Rotzlöffel und haben keinerlei Respekt. Wie erkläre ich dir das am einfachsten? Ein Kind hat nie danach gefragt, geboren zu werden, sondern Mama und Papa bumsen, machen Liebe, wie auch immer und erzeugen ein Kind. Keiner hat dieses Kind gefragt, möchtest du geboren werden? Trotzdem erwarten wir von unseren Kindern Dankbarkeit, Respekt. Ein Kind ist ein Spiegel seiner Eltern. Ganz einfach. Wenn Eltern respektlos mit dem Kind umgehen, wird das Kind respektlos mit den Eltern umgehen. Ganz simpel. Ein bestes Beispiel dafür, wenn mein Sohn in einer Gruppe etwas falsch macht, mache ich ihn vor der Gruppe an? Das heißt, mache ich ihn nieder? Oder nehme ich ihn zur Seite in einen ruhigen Raum und spreche ruhig mit ihm und erkläre ihm, dass er etwas falsch gemacht hat? Das sind zwei Unterschiede. Verstehst du, was ich sagen will? Aber wenn ich meinen Sohn vor anderen Leuten fertig mache und sage, was machst du da? In Niedermache, eine Tonerhöhung. Das ist respektlos. So redet man nicht mit einem Erwachsenen. Wenn jetzt ein Erwachsener Mann, wenn dein Chef reinkommt und deinen Becher umkippt, dann drehst du doch auch nicht durch und sagst, was machst du da? Willst du mich flachsen? Sagst du auch nichts zu deinem Chef? Warum nicht? Weil sich das nicht gehört. Oh, passiert. Alles gut, Chef. Alles super. Aber dein Kind schreist du an. Verstehst du? Kinder werden zu Rotzlöffel wegen ihren Eltern und den Umständen. Und natürlich auch, weil die Eltern ihre Kinder nicht mehr erziehen heutzutage. Die Kinder sind zehn bis zwölf Stunden nicht mehr in ihrer Hand und werden die Woche, wie viel sind das, zehn Stunden am Tag, sind 50 Stunden die Woche, werden sie von anderen Menschen erzogen. Und das finde ich auch super, super schwierig. Die meisten Menschen, das habe ich letztens von Khabib gehört, die meisten Menschen haben sich noch nie wirklich, würden niemals 15 Minuten mit einem Lehrer verbringen. ihrer Kinder. Aber geben diese Kinder 50 Stunden die Woche zu dieser Person. Das alleine schon ist fragwürdig. Das heißt, wenn ihr mit euren Kindern seid, wie intensiv, wie viel Zeit verbringt ihr wirklich mit den Kindern? Weil die meisten Eltern gehen auf den Spielplatz und spielen nicht mit den Eltern, sondern unterhalten sich mit den Mädels und wollen einfach die Zeit umschlagen, bis es endlich 19 Uhr ist und Bett geht. Und dann ist Me-Time. Das ist das Problem. Wir haben alle Kinder und sind selber Kinder. Kinder sind dafür da, meiner Meinung nach, dass man selber natürlich über sich hin auswächst, dass man versteht, okay, ich habe ein Leben jetzt erzeugt, jetzt muss ich an mir selber arbeiten, weil ich sehe die Fehler, die ich mache und das darf mein Kind nicht mitbekommen. Ein Kind ist einfach nur ein Spiegel. Fertig. Es gibt keine schlechten Kinder. Es gibt schlechte Eltern. Keine Ahnung von nix. Hauptsache Tipps geben von einem Mann, der keine Kinder hat. Das ist das Geilste überhaupt. Success. Mit tätowierten Händen. Geiles Auto. Schmuck. Lifestyle. Wie soll ich dir das erklären? Ich habe zwei Söhne, die ich aktiv mit großziehe. Also nicht einfach, ich sehe meine Kinder alle zwei Wochen, sondern als die Mutter ihr Zahnarztstudium gemacht hat, habe ich die fast eineinhalb Jahre, ein Jahr am Stück gehabt und all die Sachen gemacht. Und ich sehe meine Kinder täglich, jeden Tag. Ich habe mehrere Stunden die Woche, wo ich mit meinen Söhnen zusammen trainiere. Verstehst du? Meine Söhne kriegen meine Erziehung genauso, wie die von ihrer Mutter mit. Und mehrmals die Woche treffe ich mich mit meinem Sohn um sechs Uhr morgens, wo wir gemeinsam trainieren für seine Ziele, weil er Bock drauf hat. Also ich erziele gerade zwei Söhne und ich merke einfach immer wieder, wie oberflächlich diese Welt ist, wie schnell Menschen sind, auf etwas zu kommentieren. Und wie getriggert sich vor allem die meisten fühlen. Das ist das, was mich immer wieder wundert, ist, wie kann man sich von einem Menschen im Internet so getriggert fühlen? Ich habe noch nie einen Beitrag gesehen und gedacht, was für ein elender Versager. Ich kommentiere da. Du bist ein Versager. Das ist das Problem. Du bist ein Versager, weil du hängst im Internet rum und kommentierst negativ auf andere Leute ihre Sachen. Guck mal in den Spiegel und fang mal an, an dir selber zu arbeiten, anstatt den ganzen Tag jeden zu kritisieren. Anstatt den ganzen Tag überall zu gucken, was macht der falsch, wie macht der falsch. immer mit dem Finger auf sich selber zeigen. Das ist wichtig. Ihr seid immer so schnell zu urteilen. Ihr sieht jemanden Beitrag und kommentiert, dass jemand keine Kinder hat, ohne euch damit auseinanderzusetzen. Ich habe das auch letztens gehabt, da wollte jemand meinen Trainern Ernährungsplan haben, weißt du, und ich sage dir, ey, kein Problem, schicke ich dir später. Schick mir Geld und ich schicke dir deinen Ernährungsplan. Wie schickst du mir später? Das heißt, der ist nicht für mich optimiert. Ich habe diesen Ernährungsplan mit einem Ernährungsspezialisten gemacht für Olympiasportler, den wir dann umgebaut haben für den normalen Menschen. Das heißt, ob du Spitzensportler bist oder ein normaler Mensch, du wirst mit diesem Ernährungsplan Erfolg haben, weil all deine Mineralstoffe, all das, was du brauchst, sozusagen gedeckt sind. Und solche Menschen schreiben mir dann, hm, komisch, ich habe mir das alles ein bisschen anders vorgestellt. Und dann frage ich, wie hast du dir das denn vorgestellt? Ja, ich kenne dich halt nicht lange. Ich folge dir seit einer Woche. Habe ich geschrieben, Arno, warum nervst du mich dann? Warum schreiben wir? Ich schreibe hier mit 50 Leuten, die es braucht. Ich habe depressive Leute, die schreiben, ich will mich umbringen. Ich habe depressive Leute, die schreiben, ey, ich kann nicht mehr. Ich bin seit zwei Jahrzehnten übergewichtig. Ich möchte nicht mehr. Wie? Mit solchen Menschen schreibe ich und da habe ich solche Leute, mit denen ich solche Texte hin und her schreibe und die mir dann sagen, ich habe mich noch gar nicht mit dir auseinandergesetzt. Warum springst du dann auf ein Angebot? Das ist halt das Problem. Die Menschen im Internet sind so schnelllebig. Die haben gar keinen Kopf mehr. Weißt du was meine? Alle schnell, alle schnell konsumieren. Oh, ich kaufe da, ich mache da, ich mache da. Der Typ hat was Cooles gesagt, cool. Oh, wieder entfolgen, weil jetzt hat er was Falsches gesagt. Weißt du so, Alter, seid ihr wahnsinnig. Ich folge erst Leuten, wo ich der Meinung bin, hey, gut, den folge ich, weißt du? Und wenn ich dich entfolge, ist es nichts Persönliches, dann spricht einfach dein Content mich nicht an. Das ist das Ding. Ich glaube eher, die sind so, weil die gerade nicht erzogen worden sind. Ja, und das ist natürlich, es ist ein Generationsproblem. Es wird von Generation zu Generation weitergereicht, weißt du? Und das Problem ist, wie gesagt, dass in der heutigen Gesellschaft viele Kinder von Frauen alleine großgezogen werden, weißt du? Viele Männer ziehen sich raus, weil sie sagen, hm, später und wenn die älter sind, ich kann jetzt nichts mit denen anfangen. Das Problem ist, im Durchschnitt, wenn du ein Kind hast, im Leben siehst du dein Kind nach dem 18. Lebensjahr der amerikanische Durchschnitt. Wenn die College aus der Highschool gehen, ab 18 sehen die Amerikaner ihre Kinder ein Jahr. Das heißt, insgesamt sehen die ihre Kinder 19 Jahre. Und rate mal, was dann passiert. Der, dann bereuen alle auf einmal. Der, ich habe Eltern gesehen, die haben irgendwelche Meetings, weißt du was meine, und haben aber Kinder da. Verstehst du das mal will? Ich habe auch schon Meetings gehabt und da sage ich meinem Sohn, ey, komm, weißt du? Aber Kinder wollen Aufmerksamkeit. Kinder sind unerfahren. Die wissen nicht die Bedeutung von einem Meeting, von einem Job. Das interessiert die auch gar nicht. Hat die auch gar nicht zu interessieren. Und diese Eltern stellen dann ihre Arbeit über ihre Kinder. Kinder werden angeschrien. Kinder werden sogar geschlagen. Angemacht. Geht da, warum seid ihr schmutzig? Warum seid ihr laut? Warum seid ihr dies? Warum seid ihr... Kinder müssen schmutzig sein. Kinder müssen laut sein. Kinder müssen ihre Kindheit ausleben. Es sind kleine Menschen, die unerfahren sind und die zu großen Menschen werden. Und wir müssen wirklich diesen Zyklus brechen. Weil heutzutage ist es super einfach, Kinder zum Schweigen zu bringen. Die Eltern setzen sich nicht mehr aus. Ich sehe Eltern im Restaurant mit Tablet, Maplets, alles. Meine Kinder haben auch Tablet. Meine Kinder gucken auch gerne Filme. Aber es gibt Zeiten dafür. Verstehst du? Und es gibt Tage, wo sie es nicht tun. Ganz simpel. Es ist eine gesunde Mitte. Natürlich kann ich meinen Kindern kein Tablet verwenden, wenn die ganze Welt ein Tablet benutzt. Aber wie viele Stunden die Woche guckt mein Kind Tablet? Versteht ihr, was ich meine? Und ich finde, jeder sollte diesen Durchschnitt bei unter 30 bis 45 Minuten halten. Und es müsste mehr Beschäftigung geben. Ey Leute, ihr müsst aktiver werden. Ihr müsst mehr mit euren Kindern machen. Ich sehe, viele Eltern sind immer so träge. Oh, ich war arbeiten. Leute, ich habe heute einen harten Tag gehabt. Das interessiert dein Kind gar nicht. Das hat dein Kind auch gar nicht zu interessieren. Was für einen harten Tag. Dann kriegt keine Kinder, wenn dein Chef dich schon ausgelaugt hat. Du gibst mehr für deinen Chef als für deine Kinder. Die meisten Menschen sagen immer, ich tue alles für meine Kinder, ich tue alles für meine Kinder. Dabei tust du gar nichts für deine Kinder. Du arbeitest, du zahlst Rechnung. Das ist, was ein durchschnittlicher Erwachsener zu tun hat. Zu arbeiten und Rechnung zu zahlen. Das ist, was ein durchschnittlicher Erwachsener zu tun hat. Halleluja. Weißt du, was ich meine? Kinder, das ist ein Privileg, ein Kind zu haben. Ein Leben in die Welt zu setzen. Und das müssen wir halt mal echt realisieren, wie, was für einen Einfluss wir auf die nächste Generation haben. Indem wir mal einen ruhigen Tag haben wollen. Oh Mann, ich kann heute nicht. Ja, ich habe auch solche Tage, glaub mir. Und dann raffe ich mich auf und spiele trotzdem Abbacken mit meinem Sohn oder gehe kurz Fußball mit ihm spielen. Oder wenn ich morgens um 6 Uhr mit meinem Sohn verabredet bin, weißt du, und wir uns auf dem Platz treffen, um zu trainieren, da habe ich auch manchmal keinen Bock gehabt. Langen Abend gehabt und, oh Alter, fuck. Morgen muss ich wieder um 6 Uhr. Ja, aber ich habe das meinem Sohn gesagt und Kinder sind, wie gesagt, ein Spiegel. Wenn du dein Wort nicht hältst vor deinen Kindern, das wird dein Kind immer mit sich tragen. Weißt du, das können Kleinigkeiten sein. Das ist das Ding, Kinder machen keinen Unterschied. Für uns sind so Kleinigkeiten wie, ja, ähm, ich verspreche dir, ich komme, wir gehen heute ein Eis essen. Das alleine ist ein Riesenversprechen für ein Kind. Verschüsst du das haben will? Ne, schaffen wir nicht mehr. Oh, jetzt stell dich nicht so an. Weißt du? So, für uns ist es was Kleines. Warum jammert der? Das ist doch nur ein Eis. Aber für ein Kind ist es, ob du ihm versprichst, dass du ihm ein Auto kaufst oder ein Eis kaufst, das ist genau eins zu eins das selbe. Ein Kind ist nicht im Materialismus drin. Kinder interessieren auch gar nicht, was für Schuhe sie tragen, bis ihre Eltern ihnen das aufzwingen. Boah, freshe Schuhe, Jordans, dies, das. Wenn ich freshe Kinder sehe, denke ich mir immer, das schwiegelt einfach den Eltern wieder. Weißt du, die Eltern wollen, dass die Kinder natürlich fresh sind und dadurch nehmen diese Kinder dann diese Mentalität mit und sind auf einmal mit zwölf, dreizehn viel mehr beschäftigt mit ihren Schuhen und ihren Klamotten als schmutzig zu werden und zu toben und weißt du, so wie viele freshe New Kids gibt es heutzutage? Alles zwölfjährige, alle fresh, mit diesen Haaren hier über die Augen und weißt du, was meine, so perfekt, perfekt gestylt, weißt du, hier ein Ohrring, hängt Kreuz, Meutz, dies, das, weißt du, was meine, so ich denke mir, hast du überhaupt ein Ohrloch? Nein, aber ganz schlimm, Digga. Ich würde sagen, das ist schon eine Folge, ne? Ja. Okay. Ja, auf jeden Fall, Leute, versucht euch nicht zu viel mit den negativen Sachen zu beschäftigen, weil es ist super einfach, sich auf negative Sachen zu konzentrieren. konzentriert euch auf das, was positiv ist in euer Leben, okay? Und selbst wenn es nur, was heißt nur, selbst wenn ihr gerade euch nur erfreuen könnt, am Leben zu sein, ist das eine Riesensache, worüber ihr fröhlich sein könnt, weil jetzt habt ihr die Möglichkeit, alles zu ändern. Fang mit 10 die Geschütze an. Warum machst du 20? Dann 30. Es sind kleine Schritte, die ihr tun müsst, okay? Von nichts kommt nichts. Nur weil du jetzt im Loch bist, heißt es, dass du in einem Jahr von hier nicht ganz oben stehst. Weißt du? Jeder von euch hat diese Möglichkeit und es ist egal, wer du bist. Leute, Samuel Jackson war mit 40 heroinabhängig und obdachlos. Der ist mehrfach Millionär. Wer von euch will mir erklären, dass man das dann nicht schaffen kann? Versteht ihr, was ich sagen will? Digga, Pete Davidson war zusammen mit Ariana Grande, Kim Kardashian und sonst irgendwelche Bad Bitches. wenn der Typ das schafft, dann kannst du aus deinem Loch kommen. Ich will ihn jetzt nicht persönlich angreifen, aber Leute, es gab Geschichten von Menschen, die wirklich im Loch waren. Und ich sag nicht, deren Loch war tiefer als euer Loch. Ich will damit nur sagen, die waren wirklich tief im Loch und sie sind rausgekommen und das ist meistens bei euren Lieblingsstars und die größten Sportler, das ist meistens bei den Besten ist das so. Die mussten von ganz unten nach oben, geduldig. Und Cristiano Ronaldo hat zwölf, dreizehn Jahre trainiert, bis er die Anerkennung bekommen hat, dafür, dass er Cristiano Ronaldo ist. Davor war einfach irgendjemand auf der Straße und da hat er dreizehn, zwölf Jahre hart trainiert. Kobe Bryant genauso. Als er in Amerika angekommen ist, war er nicht einer der besten Spieler, war er nicht athletisch, er war gar nichts. Der hat sich Stück für Stück hochgearbeitet. Der ist aus Italien gekommen und war schlechter als alle anderen im Basketball und hat gemerkt, okay, wie kann ich diese talentierten Spieler einholen, Schritt für Schritt. Deshalb macht euch einen Plan, macht euch eine Routine, setzt euch Ziele und dann wacht ihr morgens auf und fangt an, eure Ziele zu arbeiten, bevor ihr für einen Chef arbeiten geht, bevor ihr irgendwie in euer Handy rumflattert und wieder irgendwo kommentiert. Ich wünsche euch einen schönen Donnerstag und wir sehen uns am Sonntag.